feinde kommt durch die tür gut sei da sich kontakt zur flachstellung schaltet sie aus verschafft die dem gebieter von nur den gebieter kein anderem die flotte des gebieters zerstört die flach damit sie eine chance haben ok kaputt gut sei da erstmal schön hier aufräumen das hätte weh tun können so schnell niedermähen alles niedermähen gar getroffen ich habe auch hier oben bin ich einmal komplett zu lang gelaufen in diese richtung auch jetzt keine schädel sowas falls ihr es zufällig reinschreiben soll es in den chat oder sowas geil wenn man ja gar keinen bocker zu schlagen ich schlage mich jetzt hier einfach durch so was zum fick achso ähm babababab wo haben wir denn das ding wo haben wir denn wo haben wir denn wo bist du verbunden du scheiß Teil achso das ist gar keins ähm sorry hab ich mich gerade verkickt allianz einsatz kapseln die werde ich beschützen was denn sonst knudeln wollt ihr euch nicht unbedingt schiff erst mal direkt ins tank äh selios war wie aus dem heiß reingerast sehr schön noch mehr luftabwehr schaltet sie aus also weiß ich weiß drei stück gibt es hier oder ne gibt es noch einen so mal verrecken hier bitte damit ich noch ganz schnell meine Ruhe hier habe sehr schön erledigt schnauze hier geschützt zerstört schwerter von der kiliers wir haben noch ein geschützt erledigt bestätig sparten an alle schiffe die spartens haben uns mehr luftraum geschaffen jetzt rein da und macht euch nützlich echt mal hier wir haben noch ein paar die die in So. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen Das ist jetzt nicht zu Aua Meine Fresse Fuck, wo würde ich denn hin? What the fuck? Das ist ja ein fucking Gegner Scheiße Bitte Ja, wäre geil Erledigt die Geschütze Such nach der Energiequelle oder greift sie direkt an Puh So So Guter, Alter So Eingeschütze erledigt Nichts, zwei sind noch übrig Fuck Systeme ausgefallen Systeme ausgefallen Systeme überlassen Ja, ich bin down Boots, Alter Boots, Alter Verdammt, du bist ein fucking Spartan Du kommst diesen Scheiß hier nicht hoch Niedrig 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 Sehr schön Und dann ist das auch abgeklärt Gut, Alter Gut, Alter Nur noch eins übrig Halt mit dir Weiß ich doch So Machen wir das doch Gar kein Problem Schalte das letzte Geschütze aus Wo ist die Energiequelle des letzten Geschützes? So Was war noch hier? Hier oben irgendwo oder wenn nicht? Was war noch hier? Ich komme, bin ich da Okay 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 Nice Danke Und tschüss Danke Danke Das letzte Mal war ich schon irgendwo weiter unten Hat er gesagt Viel Glück Nur damit ihr wisst, dass hier auch mal was passiert ist Kriegt die Allianz das schlimmste an Sieg und Ruhm entspringen Keinem zaghaften Samenswalten Lock Ihre Ernte soll glorreißen Und wenn ihr Und wenn ihr dumm Affen Nicht bald mal was Vernünftiges macht, ne? Wie zum Beispiel töten und so einen Scheiß Ja, wie auch mal ein So, wo geht's raus? Sie da So, damit ihr Bescheid wisst Dann nicht zuhören Der falsche Gebieter und die Schwererbrose hierher Zu neuer Aki meinte Da unten würden wir direkten Zugang zum Wächter erhalten Aber es ist sonst keiner da, um die Feinde von uns abzulegen Hauptsache wir kommen schon jetzt zum Wächter Das wird wahrscheinlich wahr sein Weil ich nämlich keine Waffen mehr habe So Was war's denn für ein Geräusch? Nicht eines normalen Eliten Oh, er wird doch nicht nach Hause Tja, leider finde ich aber keine Waffen Oh, fuck Ich wurde schon gestuckt, leider Meine Panzerung blockiert Ja, das erste was man machen sollte Ist von so einem Kollegen Abhauen Wieder auf den Weinen Danke 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 Bitte, Hilfe, danke. Okay. Okay. Passt gut auf, Sankis. Ich mach noch einer Weg. Direkter Zugang muss auf Sankilio seine andere Bedeutung haben. Ach, Ficken! Schöne Sting hat er in echten Abgrund untergepuscht, Alter. Ach, Kacke! Der wird sein, wer enden muss. Was? Der wird sein, wer enden muss. Der wird sein, wer enden muss. Der wird sein, wer enden muss. Der wird sein, wer enden muss.